Ich gucke, was ihr zu mir gesagt habt per WhatsApp. Was bist du für ein Untermensch? R-E-W-R-M-S-I-D Die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu der Runde von Master Builders. Mit dabei ist heute auf magische Art und Weise der gute Alphastein. Was geht ab, Alter? Na, wie hast du es denn wieder geschafft, auf den Server zu kommen, mein Freund? Du bist doch gebannt worden. Weißt du was? Was? Ich hab mit dem Team geredet. Mit dem Team hast du geredet. Ich hab dich kontaktiert. Aha, und dann? Ja, jetzt bin ich wieder hier. Die haben dich einfach entbannt. Ja, weil es unverdient war. Aber sie haben dir keinen YouTuber gegeben. Ja, ist doch egal. Ja, aber warum hast du denn nicht YouTuber von denen bekommen? Weil ich hier nicht aufnehme. Ah, ja, ja, ja. Sei ehrlich, hast du gefragt? Nein, ich wurde jetzt entbannt. Okay, okay, alles klar. Jetzt bin ich hier und jetzt wirst du gebannt. Warum werde ich denn gebannt jetzt? Weil du mich bannen lassen hast. Ich hab dich doch nicht bannen lassen, Alter. Ja. Das stimmt doch überhaupt. Nein, ich hab dich nicht. Ich bleibe im Video. Digga, du bist gebannt worden, weil du so eine Kacke... Ich hab Videobeweis. Junge, du bist gebannt worden, weil du scheiße gebaut hast, Alter. Das bist du selber schuld. Es ist ein Swing. Eine Schaukel. Ich hab dich nicht bannen lassen. Ehrlich nicht, wirklich nicht. Ich hab damit nichts zu tun. Ja. Nein, Alferstein ist wirklich... Du kennst mich, Mann. Wenn du gebannt worden... Also wenn du wegen mir gebannt worden wärst, dann hättest du auch einen Titel geschrieben. Ich glaub dir nichts mehr. Du kennst mich doch, Mann. Ich würd so sowas nicht einfach machen. Es ist vorbei. Was ist vorbei? Ich glaub dir nicht. Warum glaubst du mir nicht? Nein. Alferstein. Guter Witz. Was? Guter Witz. Guter Witz. Witz. Guter Witz. Junge, Alferstein, wenn ich dich gebannt hätte, okay? Alferpopo. Alferporo. Alferpopo. Hör auf damit. Alferpopo. Ach Mann, wenn ich dich wirklich gebannt habe. Alferpopo. Junge, wie viel hast du denn davon? Alferstein. Alferstein, Mann. War das Herr Newstime? Alferpopo. War das gerade Herr Newstime? Alferstein. Wie viel hast du davon, Junge? Wie viel hast du davon? Es gibt noch ein neues. Ja, okay, welches? Aber das habe ich noch nicht. Ah, das musst du dir doch holen, ne? Ja. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja, Stein, wie gesagt, ich bin froh, dass du wieder mit am Start bist bei Masterbenders, Alter. Ich habe dich vermisst, weißt du? Ich nicht. Ja, ich weiß das. Es hat eine Menge Spaß mit dir gemacht. Wir werden auf jeden Fall jetzt eine schöne Schaukel bauen, Digger. Und wir werden jetzt gemeinsam hier schön rasieren, oder Stein? Dafür sind wir doch bekannt, Alter. Die zwei Minecraft-Brüder, oder? Stein? Stein. Mann, Junge. Mann, jetzt hör doch mal auf damit, Alferstein. Witzig, versuche ich gerade für meine Zuschauer was halbwegs unter. Ich habe Teride. Du hast Termine, aber nicht jetzt. Wir nehmen jetzt erstmal auf. Du hast einen Aufnahmetermin mit mir, Junge. Hä? Das hast du gerade. Ja, wir haben einen Aufnahmetermin festgemacht. Ganz richtig. Was für Pranken. Was? Prank. Nein, das ist nicht Fake News. Das ist wirklich real, Alferstein. Du kannst mir glauben. Wir haben zusammen einen Aufnahmetermin. Und du hast Bock da drauf, okay? Mega. Mega Bock. Okay, dann erzähl dir mal, was so in der Zwischenzeit geschehen ist, Alter. Wir haben uns jetzt da zwei Wochen... Alphaporo. Ja, Alphaporo. Die 500.000. Die 500.000 was? Ich weiß sogar die Nachrichten. Alphastein. Guck. Ich weiß jetzt nicht, ob man Herr Newstern als Nachrichten betiteln soll. Alphaporo. Ja, gut. Also du hast jetzt 500.000 Abonnenten. Ja. Ja, das freut mich, Alter. Respekt, ne? Danke. Du weißt, wo die herkommen, ne? Google. Nee, von mir, Alter. Ich habe dir doch immer geholfen. Junge, Alphastein. Du weißt ganz genau, dass ich immer für dich da gewesen bin. Ja, ich weiß. Ja, also. Dann bedanke ich auch mal bitte bei meiner... Dankeschön. ...bedanke ich auch mal bitte bei meiner Community, okay? Danke. Warte, warte. Ja? Hast du was vorbereitet? Hallo? Alphaporo. Ja, gut. Soviel dann dazu. Ich glaube, der... Ah, okay. Danke. Danke, liebe Community von Remi und von YouTube. An die, die mich abonniert haben. Und an die, die mich alltäglich unterstützen. Ich, Alphaporo, äh, oder... Alphaporo. Mache YouTube auch, äh, ja, ganz viel Liebe. Okay. Ja, schön. Freut mich, Alter. Dankeschön. Schön, dass du dich hier bedankt hast. Freut mich echt, Alter. Kennst du das? Was? Was ist das? Ich habe letztes Mal, im letzten Video, eine Sekunde dieses Lied abgespielt. Ja. Und alle haben direkt kommentiert BTS. Echt jetzt? Ich kenne BTS nicht, Alter. Ich höre keinen K-Pop. Ne, mach aus. Ich will keinen... AHHHHH! Ich will keinen Strike. Junge, mach das aus, Alphastain. Ich will keinen Strike haben. Bitte hör auf damit, okay? Du kriegst kalt. Warum? Weil das cool ist. Achso, weil... Achso, ja gut. Dann, Digger, wenn das cool ist, dann werden die mich natürlich nicht striken, Alter. Ja. Dann macht das ja vollkommen Sinn, Bruder. Ganz vergessen, Alter. Abonniert sie. Ah, ne, ja, komm, jetzt reicht's noch. Gut. Alphaporo. So was hast du... Mann, Alter. Komm mal wieder zurück, Alter. Was hast du denn so für die nächste Zeit noch geplant eigentlich so bei dir? Was gibt's denn so Neues bei dir? Lucky Block. Lucky Block. Also gibt's... Also gibt's nichts Neues bei dir? Äh, Minecraft GTA. Minecraft GTA. Klingt jetzt auch nicht unbedingt neu für mich. Ne, will ich jetzt nicht sehen, Alter. Ich bin... Boah, Junge. Mein Bauwerk ist richtig krank geworden, fällt mir gerade auf, Alter. Cool. Junge, Junge, Junge. Hä? Swing? Achso, das ist so eine Liebe, so eine Schaukel hier. Ja, guck mal, Alphastein. Sieht ganz gut aus, oder? It's okay. Ja, it's okay, würde ich auch sagen. Kann man machen, oder? Ja, ja. Hast du denn Minecraft mit mir vermisst eigentlich? Ja. Ich gratuliere dir hier nochmal herzlich zu deinen 500.000 Abonnenten. Ja, okay. Ja, guck mal, was ist das? Alphastein mal Iser Bleeding, oder? Ja. Ja, ist eine Unverschämtheit. Würdest du auch sagen, oder? Ja, hab ich gedrückt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich mach dich mal... All gedrückt. Alphaporo. Ja. Ähm, kann es sein, dass... Würdest du gerne mit Montana Black mal zusammen aufnehmen? Ich glaube, das hier ist eine Wippe und keine Schaukel. Ich weiß nicht, ob das im Englischen das Gleiche ist. Ähm, ja? Das hat er auch gesagt. Ich hoffe wirklich, dass du morgen Krätze bekommst. Ich glaub nicht, dass er das zu dir gesagt hat, Alter. Ja, ich schick dir Beweis. Ich schick dir den Link. Okay, schick mir... Ja, den Link, Alter. Den Link. Was bringt mir das, den Link zu haben? Ich will sehen, wie er das... Ja, dann kannst du es öffnen. Ah, okay, alles. Dann siehst du, wie der da redet. Okay, 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 okay. Gut, Alphastein. Ähm, vielleicht kann ich ja mal versuchen, mit dir und Monte zu reden, dass ihr das klärt. Was ist das? Das ist mal Alter Bleeding, oder, Alphastein? Ja. Ja, würdest du auch sagen, oder? Also... Der Report-Button, warum? Ja, das ist ich. Der ist weg, der ist weg. Den haben sie weggemacht. Wieso? Ja, weil... Weil... Ja, ist halt so. Oh, gut. Ja, es geht, es geht, es geht, es geht. Das finde ich jetzt also eigentlich... Ich finde das echt scheiße. Hast du das gebaut, Alphastein? Ja. Sag jetzt bitte nicht, dass du das gemacht hast. Okay. Ich hoffe wirklich, dass du morgen Krätze bekommst. Boah, Alphastein, guck mal, das hier, Alter. Junge, das ist heftig, Mann. Guck im Chat, ich bin weg. Fretz, Alter, du bist so... Was? Nein? Hä? Bist du... Du bist einfach geläftet? Ja. Junge, warum machst du das denn, Alter? Wir haben noch so viel zu besprechen. Möchtest du vielleicht jetzt... Möchtest du vielleicht hier noch eine Ansage gegen Montana Black oder sowas bringen? Irgendwas noch? User left your channel. Mann, lass es doch nicht sein. Junge, Mann, Alphastein. Bleibt jetzt mal bitte hier, Alter. Alphastein, hast du noch... Ja, ich hab gewidiert. Ja, aber doch nicht jetzt. Lass uns doch wenigstens schnell die Aufnahme zu Ende bringen. Ich weiß, du hast jetzt 500... Alphapupu. Du hast jetzt 500.000 Abonnenten, du bist jetzt super fame und alles, aber lass uns doch ganz kurz noch zu Ende hier spielen, Alphastein. Ja. Hast du vielleicht noch ein paar Worte, um Montana Black zu richten oder sowas? Eine Ansage oder sowas? Irgendwas? Ich hoffe wirklich, dass du morgen Krätze bekommst. Okay, alles klar, Alter. Alphastein. Die Tat von ihm. Was? Die Tat von ihm. Das wünschst du Erso Monte jetzt an der Stelle. Der hat er mir gewünscht. Und was wünschst du ihm? Ein frohes Leben, oder? Ja. Sehr gut. Alles klar, Leute. Das war's. Ich hoffe, dass da die Streams immer schön laufen. Ja. Ich hoffe, der verdient genug Geld. Aha. Ich hoffe, der hat ein schönes Leben. Okay. Oh, krass, okay. Oh mein Gott, okay, 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 okay. Aha. Erwerbung für Merch. Oh Gott, ja, okay. Ja, weil der ist voll nett. Alter, okay. Krasse Ansage hier von Alphastein auf jeden Fall. Wie ist der Alphastein? Alphastein, Matt, Respekt auf jeden Fall für dich. Du bist auf jeden Fall ein heftiger Ehrenmann. Kann man nicht anders sagen, Digga. Hast du gut gemacht, Alphastein. Sonst irgendwas an meine Zuschauer vielleicht? Alphaporo. Alphaporo, ganz genau. Mach's gut. Alphastein, danke, dass du wieder mit dabei gewesen bist, ne? Ich entschuldige mich für diese Aufnahme mal wieder. Hat aber Spaß gemacht, oder? Lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss, Leute. Ciao. Alphastein, Alphastein, Alphastein. Alphaporo.